Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute nicht das erste Mal über die Frage Glasfaser oder Kupfer. Und Kollege Lambler, auch wenn Sie da eben meinten, dass Sie eine ganz einfache, eine ganz klare Antwort auf so ziemlich alle Fragen des Lebens des Universums und den ganzen Rest haben, muss man, ja das ist 42, da brauchen Sie aber jetzt noch einen Rechner, um das nachzurechnen, warum das so ist, so geht die Geschichte ja irgendwie weiter. Man kann auf diese Frage, und ich hoffe, dass Sie das auch durchaus bereit sind zur Kenntnis zu nehmen, man kann diese Frage nicht ganz einfach beantworten, wie die richtige Strategie für den kurz-, den mittel-, den langfristigen Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen auszusehen hat. Diese Antwort ist komplex, sie hat mehr als diese zwei Pole Glasfaser und Kupfer. Wir haben eine klare Strategie, wir haben klare Ziele, wir stehen bei den Menschen im Land im Wort, bis 2018 schnelles Internet für alle Haushalte zu ermöglichen. Das ist im Übrigen ein Ziel, das wir uns nicht erst in diesem Frühjahr vorgenommen haben, sondern das schon bei uns auch im Koalitionsvertrag steht. Wir haben daran in den letzten Jahren konsequent gearbeitet und wir werden daran auch weiter konsequent arbeiten, denn das haben wir versprochen. Und ich erinnere auch daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Opposition dieses Ziel bis vor kurzem auch gar nicht in Frage gestellt hat. Ich habe zu dieser Debatte immer gesagt, wir sollten nicht das eine Ziel, dass keine Region bei der Versorgung mit schnellem Internet zurückgelassen wird, gegen das andere Ziel, eine möglichst nachhaltige Infrastruktur aufzubauen, ausspielen. Sondern wir müssen immer schauen, wo welche Lösung sinnvoll ist. Deshalb ist es ja der richtige Ansatz, dann zu sagen, wir schauen vor Ort, wir unterstützen die Kommunen dabei, ein Ausbaukonzept genau für ihre Anforderungen zu entwickeln. Das ist auch erfolgversprechender, das haben wir nicht zuletzt beim Runden Tisch auch so diskutiert. Das ist erfolgversprechender, als sich einfach mit einer großen weißen Landkarte hinzusetzen und einfach mal darauf loszuplanen. Wir stellen für den Breitbandausbau bis 2018 eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung. Nachdem der Bund nach so vielen Jahren jetzt endlich mit einem eigenen Förderprogramm um die Ecke gekommen ist, haben wir sofort gesagt, kein Projekt wird an einer fehlenden Kofinanzierung scheitern. Und wir haben auch schon lange vor der Frequenzauktion zugesagt, wir stecken unseren Anteil aus der digitalen Dividende vollständig in den Breitbandausbau. Und dabei gehen wir so vor, wie ich das gerade skizziert habe, Versorgung der Gewerbegebiete vorrangig durch Glasfaser im ländlichen Raum, bei den Haushalten auch durchaus technologieneutral an den Stellen, wo das sinnvoll ist, weil wir natürlich bei den Haushalten einen anderen Bedarf haben, da geht es vor allem um Downstream, während wir in den Gewerbegebieten dann auch stark symmetrischen Bedarf haben und diese Bedarfe dann decken müssen. Wir haben eine erhebliche Unterstützung für die Kommunen mit 9 Millionen Euro. Kommunen werden unterstützt beim administrativen Infrastrukturaufbau, zum Beispiel auch für die Anstellung von Breitbandbeauftragten, die Durchführung der Ist-Analysen und auch die Erarbeitung von NGA-Entwicklungsplänen. Das ist dann gut für die Bürgerinnen und Bürger in NRW und auch ganz besonders für die Betriebe im ländlichen Raum. Zu Ihrem Anliegen, was jetzt die Vectoring-Entscheidung der Bundesnetzagentur angeht. Uns eint das Anliegen, das eint uns, glaube ich, auch alle, eine Remonopolisierung des Telekommunikationsmarktes zu verhindern. Und insofern ist die Konstruktion, das sind, glaube ich, einige von uns bereit auch einzuräumen, ist die Konstruktion her schon etwas schwierig gewesen, wie sie gewählt wurde, dass dann eben die Bundesregierung mit ihrem bisherigen Vorgehen auch durchaus billigend in Kauf genommen hat, dass die Funktion der Bundesnetzagentur als Marktschiedsrichter ein Stück weit unter Druck geraten ist. Denn genau das passiert ja, das droht ja, wenn sie mit einem eigentlich von ihr zu regulierenden Unternehmen Verträge auf Gegenseitigkeit schließt. Also an dem Punkt sind wir uns durchaus einig, Kollege Lammler. Die Bundesregierung hat sich jetzt aber so entschieden, diesen Weg zu gehen. Und deshalb geht es jetzt an dieser Stelle zunächst mal darum, die Vectoring-Entscheidung auch genau zu bewerten. Da gibt es bislang auch nur den Entwurf für eine Entscheidung. Der Beirat der Bundesnetzagentur wertet diesen Entwurf aus. Und dann ist natürlich zum einen die Frage, reichen die Vorhaben, reichen die Vorkehrungen, die jetzt im Entwurf drinstehen, aus, um diese Zielremonopolisierung zu verhindern, dann auch zu erreichen. Und das andere, wie fügt sich dieses Konzept in unsere Ausbauziele ein? Der Beiratsvorsitzende hat ja schon angekündigt, dass er nichts übers Knie brechen wolle. Und insofern sollten auch wir diese Diskussion nicht übers Knie brechen, sondern sie im Ausschuss weiterführen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.